ein neues projekt was hoffentlich diesmal auch ein bisschen länger halten wird es wird diesmal ein etwas anderes projekt deswegen guckt es euch auf jeden fall an weil ich schwöre euch leute das wird nice guckt euch das erstmal an die erste folge mehr verlange ich nicht dann werdet ihr schon merken was an dieser dinge so nice ist und ja und diesmal sind wir wahrscheinlich auch nicht alleine sondern mit so sind vorrat und ja ich würde sagen wir fahren erst mal das wird jetzt mal wieder lange dauern das waren wollen wir das aus dem bauern auf dem berg oder so da habe ich eben kurz geschwinkt weil ich wusste wie es ist ohr es wird auch schon wieder nacht ja aber Leute wir spielen auf Ferien und friedlich also ich kann das von folge auf folge umstellen deswegen schreibt in die kommentare ob ich das nächste nächsten tag auf einfach umstellen soll oder so was oder halt auf glanz schwer das wäre natürlich jetzt blöd aber ich könnte machen das müssen sie auf jeden fall weil sie sonst wissen was passiert wählst du etwa deine abonnenten nein ein bisschen so mann ich kann schon wieder nicht sehen hä wo bist du denn ich bin irgendwo ja wo bist du denn jetzt schon wieder das projekt ging gerade erst los jetzt bin ich im praktisch immer so alle sind immer weg am anfang das ist wie in den letzten folgen immer alle weg ich weiß gar nicht warum ich stelle mir jetzt immer hoch hä warte mal hä lol ist es eine aufnahme ich schwöre da stand gerade einer hä Junge ich schwöre da war was ich schwöre dir doch ich schwöre dir da war was no joke ich bin hier wetten du warst das wetten du warst das ich war das nicht ich war die ganze Zeit hier am fahren wetten du warst das ich war die ganze Zeit am fahren da oben da warst du eben ich wette du warst das ich war das nicht jo laber nicht dann kannst du dir beim Fahrt ich höre dich auch aufzunehmen Digga verarsch mich nicht ich verarsch dich nicht verarsch dich nicht verarsch mich locker nee Digga lüge doch nicht ich lüge nicht ich lüge nicht nee ich kann jetzt auch aufhören aufzunehmen ne wenn du mich jetzt hier verarscht Junge ich lüge nicht du warst das Digga hör auf mich zu verarschen nee doch ich fahr auf wie soll ich denn da hingekommen sein wenn ich die ganze Zeit hier war ja keine Ahnung Flyhacks oder sowas keine Ahnung ich benutze keine Hacks ja laber nicht Junge ich benutze keine Hacks Ende ja wer soll das denn sonst gewesen sein wir sind zu zweit auf diesem scheiß Server ja keine Ahnung vielleicht ein Hacker oder so ja du warst das Digga ich war das nicht wie soll hier denn bitte ein Hacker raufkommen ja keine Ahnung Hacker halt irgendwie nee alter Junge ich war das nicht du warst das nee aber hundertprozentig nee Digga du laberst nee du lach ah ja du wie redest du denn jetzt du warst das stimmt doch du verarsch mich doch ja erzähl mich mal bitte wo soll ich denn hin wo soll ich denn eigentlich wo soll ich denn eigentlich ich kann dir die Aufnahmen mit zeigen du standest da oben oder habe ich jetzt Paranoia oder was Digga ich schwöre da war was sah zumindest so aus sah aber zumindest so so Leute wir haben grad die Soundprobleme behoben sag mal was Oi die der hört sich heller an ja äh heller was sag ich heller ich mein lauter cool ähm ich geh mal hier kurz zum Tränen ne in einem Haus so 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 ich guck gerade was sie so getradet so 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 ich will wollen ich bin in einmal alle paar sekunden weg ne ja ich vor allem halt ein paar melonen du und deine melonen alter so mich überlegere wie man das projekt überhaupt nennen so lang will ich die folgen jetzt auch nicht machen weiß ja würde ich denken das ist eigentlich ein paar melonen gefahren woher habe ich kaum wohnen ich glaube ich dir auch noch gegeben alles klar du glaubst also weißt du nicht geglaubt oder ich glaube durch die gefahren ja keine ahnung sollte eine aufnahme sein an welchem tag kommt überhaupt mein kopf das lade ich an welchen tag das unterschiedlich random und um die vier uhr branden also ja mal zum beispiel so ein abo zocken so ein abo zocken in der welt hier nein nicht in der welt sondern einfach so in der kreativen in der creative welt und dann können halt alle seine abonnenten mit schocken das könnte man machen ja gut ich würde sagen ich habe die folge gefallen und ja du hast das letzte wort lasst ein abo und ein like da wenn es nicht tut dann es ist kacke und ich würde mal sagen bei ungefähr wie viele likes wollen wir uns abo zocken machen ab 5 likes machen wir abo zocken ok ab 5 likes machen wir ab 5 Leute ab 5 ab 5 das knappe noch ganz sicher die anderen waren schon über 60 gut ab 5 machen wir abo zocken wir sagen ich hoffe ihr habt die folge gefallen und ciao Leute ciao 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 Bis zum nächsten Mal.